Er ist in Gefahr. Wecken Sie dann und rufen Sie Mr. Sullivan an. Sie sollen herkommen. Aber Miss Zahmes, es ist mitten in der Nacht. Er ist in Gefahr. Holen Sie sie her, Miss Pickford. Er ist in Gefahr. Gut, wenn Sie meinen. Er ist in Gefahr. Gefahr. Wer ist da? Guten Abend. Ich bin Anatol Cakiris. Ich suche Mama Loi Jorobinja. Du hast sie gefunden, mein Sohn. Schön. Das ist schön. Weshalb bist du gekommen, mein Sohn? Nohn.